Hey, willkommen zu einem neuen Video. Obwohl Hunde oft als liebevolle und treue Begleiter angesehen werden, gibt es bestimmte Rassen, die als aggressiv und potenziell gefährlich bekannt geworden sind. Es ist wichtig zu wissen, dass jeder Hund gefährlich sein kann, wenn er nicht richtig trainiert und sozialisiert wird. Aber einige Rassen sind anfälliger für aggressives Verhalten als andere. Heute werden wir euch die 20 gefährlichsten Hunde der Welt vorstellen. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20 Der Rottweiler ist ein beeindruckender Hund mit einer kraftvollen Erscheinung, der als eine der gefährlichsten Hunderassen weltweit gilt. Aber was macht den Rottweiler so gefährlich? Diese Hunde haben einen ausgeprägten Beschützerinstinkt und sind sehr anhänglich an ihre Familie. Wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Familie bedroht ist, reagieren sie ohne zu zögern. Deshalb ist es wichtig, Rottweiler gut zu sozialisieren und zu trainieren. Leider werden diese Hunde manchmal gezüchtet oder von Menschen schlecht behandelt, was sie aggressiv machen kann. Rottweiler sind jedoch nicht nur gefährlich. Sie sind intelligente, treue und selbstbewusste Hunde, die gerne für ihre Besitzer arbeiten. In einigen Teilen der Welt werden Rottweiler sogar als Polizeihunde eingesetzt. Die ursprünglichen Aufgaben des Rottweilers waren das Hüten von Vieh, der Schutz und sogar das Ziehen von Fleischkarren. Wusstet ihr, dass der Rottweiler zu Beginn des 20. Jahrhunderts fast ausgerottet war, glücklicherweise ist es den Züchtern gelungen, die Rasse zu erhalten. Nummer 19 Der American Staffordshire Terrier ist für seine Stärke und Furchtlosigkeit bekannt. Leider hat diese Rasse auch einen schlechteren Ruf, da immer wieder Fälle von Aggression und Beißvorfällen gemeldet werden. Zwar sind nicht alle von ihnen aggressiv, aber ihre Kraft und Entschlossenheit können zu schweren Verletzungen führen, wenn sie nicht gut ausgebildet und sozialisiert sind. Daher ist es wichtig, sich nur dann für einen American Staffordshire Terrier zu entscheiden, wenn man Erfahrung mit Hunden hat und bereit ist, viel Zeit und Energie in die Ausbildung und Sozialisierung zu investieren. Was viele nicht wissen ist, dass der American Staffordshire Terrier ein Nachkomme des Staffordshire Bull Terriers ist, der ursprünglich für den Stierkampf gezüchtet wurde. Im Laufe der Jahre wurde die Rasse weiterentwickelt und für den Hundekampf gezüchtet. Heutzutage haben sie jedoch den Ruf, ein treuer und anhänglicher Familienhund zu sein. Nummer 18 Der Dobermann-Pinscher wird manchmal als gefährlicher Hund angesehen, da er früher als Wachhund eingesetzt wurde und als aggressiv gilt. Mit der richtigen Ausbildung kann dieser Hund jedoch ein liebevoller und treuer Begleiter sein. Es ist wichtig, daran zu denken, dass die Erziehung eines Hundes unabhängig von der Rasse der Schlüssel zu einer sicheren und glücklichen Beziehung zwischen Mensch und Tier ist. Der Dobermann-Pinscher wurde ursprünglich als Wachhund für den deutschen Steuereintraber Louis Dobermann gezüchtet. Die Mischung, mit der dieser Hund gezüchtet wurde, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Der Dobermann-Pinscher wird heute häufig bei Polizei und Militär angesetzt. Als Familienhund sind sie sehr sensibel für die Energie und die Signale des Menschen. Es ist wichtig, im Umgang mit diesen Hunden ruhig und souverän zu sein und jeder Interaktion mit Respekt und Freundlichkeit zu begegnen. Der Bourböl, auch als südafrikanischer Bourböl bekannt, ist ein Hund mit einem kräftigen und muskulösen Erscheinungsbild. Mit seinem Territorialdrang und seiner Wachsamkeit ist der Bourböl als ausgezeichneter Wachhund bekannt, der seine Familie und sein Eigentum gut beschützt. Die Rasse ist aber auch sehr loyal und freundlich zu ihrer Familie und versteht sich gut mit Kindern und anderen Haustieren. Aber warum gilt der Bourböl als gefährlich, werdet ihr euch fragen. Das liegt vor allem an seiner Größe und an seiner Stärke. Mit einem Gewicht zwischen 50 und 90 Kilogramm ist der Bourböl in der Lage, großen Schaden anzurichten, wenn er aggressiv wird. Außerdem ist der Hund Fremden gegenüber von Natur aus zurückhaltend und kann im Erwachsenenalter Furchtlosigkeit zeigen. Es ist daher wichtig, den Bourböl schon in jungen Jahren zu sozialisieren und zu trainieren, damit er lernt, was akzeptables Verhalten ist. Eine lustige Eigenschaft des Bourböl ist seine Liebe zum Wasser. Von allen Hunderassen der Welt ist der Bourböl wahrscheinlich diejenige, die das Wasser am meisten liebt und am liebsten schwimmt. Wenn ihr einen Pool in eurem Garten habt oder in der Nähe eines Strandes wohnt, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dies mit eurem Hund zu tun. Nummer 16 Der Perro de Presa Canario, besser bekannt als kanarischer Mastiff, ist als eine der aggressivsten Hunderassen der Welt bekannt. Das liegt vor allem daran, dass die Rasse in der Vergangenheit für Hundekämpfe und zum Schutz des Viehs vor wilden Tieren eingesetzt wurde. Daher ist es wichtig, dass diese Hunde richtig erzogen und sozialisiert werden, damit sie nicht aggressiv gegenüber Menschen oder anderen Tieren werden. Der Presa Canario hat einen athletischen Körperbau und einen riesigen Kopf. Sein Fell ist kurz und grob und er ist normalerweise schwarz oder dunkelbraun. Trotz ihres Rufs als gefährliche Rasse können diese Hunde auch liebevolle und fürsorgliche Haustiere sein, wenn sie auf die richtige Weise erzogen werden. Diese Hunde sind im Allgemeinen sehr ruhig und stellen keine besonders hohen Anforderungen an die Ausbildung, sodass sie auch gerne in der Sonne liegen und sich entspannen. Die Geschichte der Rasse geht auf das 14. Jahrhundert zurück, als die kanarischen Inseln kolonisiert wurden. Als Haustiere eignen sie sich gut als Wachhunde, da sie Fremden gegenüber misstrauisch sind und einen ausgeprägten Territorialinstinkt haben. Nummer 15 Der Galdong, auch als pakistanische Bulldogge bekannt, ist ein sehr beeindruckender und kraftfähiger Hund. Er eignet sich hervorragend für Aufgaben wie die Jagd und die Bewachung von Grundstücken ist aber auch ein hervorragender Wachhund. Aufgrund ihres aggressiven und dominanten Charakters sind sie jedoch nicht für jedermann geeignet. Dieser Hund braucht einen starken und konsequenten Führer, um gut ausgebildet und sozialisiert zu sein. Eine interessante Tatsache über den Galdong ist, dass er in Pakistan für die Bärenjagd eingesetzt wird. Ja, ihr habt richtig gehört. Diese Hunde sind mutig und stark genug, um es mit einem ausgewachsenen Bären aufzunehmen. Das zeigt, wie entschlossen und furchtlos diese Hunde sind. Es ist ratsam, nur dann einen Galdong aufzunehmen, wenn man die nötige Erfahrung und das Wissen hat, um diesen Hund richtig zu erziehen. Sie haben einen potenziell gefährlichen Charakterzug und können aggressiv werden, wenn man nicht weiß, wie man mit diesen Hunden umzugehen hat. Nummer 14 Der deutsche Schäferhund ist der kultigste Hund, den man auf der Straße sehen kann. Mit seinem muskulösen Körperbau und den spitzen Ohren wirkt er wie ein Superheld unter den Hunden. Aber Vorsicht! Dieser Hund kann gefährlich sein, wenn er nicht richtig trainiert wird. Mit seinem kräftigen Biss und seinen ausgeprägten Instinkten kann er im Handumdrehen eine gefährliche Situation heraufbeschwören. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Der deutsche Schäferhund ist ein treuer und intelligenter Hund, der mit dem richtigen Training ein fantastischer Begleiter sein kann. Er ist energiegeladen und liebt es zu spielen. Wenn ihr ihm also genügend Bewegung gebt, wird er ein glücklicher und gesunder Hund sein. Und wusstet ihr, dass dieser intelligente Hund oft als Blinden für Hund, Suchhund, Wachhund und Polizeihund eingesetzt wird? Er ist ein Allrounder und braucht eine anspruchsvolle Aufgabe, um sein enormes Gehirn zu beschäftigen. Deutsche Schäferhunde sind auch für ihr lautes Bellen und ihre tiefe Stimme bekannt, was sie zu guten Wachhunden macht. Ihr Bellen ist sehr laut und kann Eindringlinge durchaus beeindrucken. Wenn ihr also diesen Hund als Haustier haben wollt, könnt ihr euch darauf verlassen, dass er Eindringlinge leicht verscheucht. Aber wir sollten nicht vergessen, dass der deutsche Schäferhund auch eine sensible Seite hat. Er ist seinem Besitzer gegenüber loyal und versteht sich gut mit Kindern. Und mit seinem weichen Fell und seinen treuen Augen ist er auch unglaublich verschmust. Nummer 13 Wusstet ihr, dass der Fila Brasiliero in Brasilien eine lange Geschichte als Jagd- und Wachhund hat? In der Vergangenheit wurden sie zur Jagd auf Wildschweine und zum Hüten von Vieh eingesetzt. Aber auch als Wächter von Plantagen und Bauernhöfen waren sie unverzichtbar. Ihre Größe und ihr instinktiver Schutztrieb machten sie zum idealen Wachhund. Doch der Fila Brasiliero verfügt nicht nur über beeindruckende Fähigkeiten, sondern auch über ein einzigartiges Aussehen. Mit ihren großen Köpfen und ihrem dichten Fell sehen sie hart aus. Aber lassen sich von ihrem Aussehen auch nicht einschüchtern, denn sie sind eigentlich liebevoll und anhänglich. Sie sind ihrer Familie gegenüber loyal und werden ihre Besitzer immer beschützen. Und wusstet ihr, dass die Fila Brasiliero auch für ihre lange Zunge bekannt sind? Es heißt, dass einige Exemplare bis zu 30 Zentimeter lange Zungen haben. Eine beeindruckende Eigenschaft, findet ihr nicht auch? Alles in allem ist der Fila Brasiliero ein besonderer Hund mit einer reichen Geschichte und einzigartigen Eigenschaften. Würdet ihr euch diesen Hund als Haustier wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 12 Habt ihr schon einmal einen Siberian Husky gesehen und gedacht, wow, dieser Hund sieht aus, als wäre er bereit für die Olympischen Spiele? Nun, das ist genau das, wofür dieser mittelgroße Hund gebaut wurde. Mit seinem doppelten Fell und den spitzen Ohren sieht er nicht nur robust aus, sondern hat auch einen buschigen Schwanz. All das ist notwendig für die Langstreckenrennen, für die er ursprünglich gezüchtet wurde. Aber bevor ihr denkt, dass dieser Hund nur ein Sportler ist, solltet ihr wissen, dass er auch Gesellschaft braucht. Er liebt es, in einem großen Rudel zu sein und kann ziemlich laut sein, wenn ihm langweilig ist. In der Vergangenheit wurden diese Hunde vom Inuit-Stamm in Alaska eingesetzt, um Waren und Menschen durch Schnee und Eis zu transportieren. Ihre Fähigkeiten und ihr Einsatz halfen ihnen sogar bei einer berühmten Rettungsaktion, die als Serum Run im Jahr 1925 bekannt wurde. Als ein Ausbruch von Diphtherie, einer sehr schweren bakteriellen Infektionskrankheit, eine ganze Gemeinde auszulöschen drohte, wurden Siberian Huskies eingesetzt. Diese Hunde trugen ein Serum über 1580 Kilometer durch den Schnee bis nach Nome, Alaska. Sie legten diese Strecke in nur fünfeinhalb Tagen zurück und retteten damit unzählige Leben. Ihre heldenhafte Leistung während dieser Mission trug zur Popularität des Siberian Husky als Arbeitshund und als Haustier bei. Keine Sorge, Siberian Huskies sind von Natur aus freundlich und anhänglich gegenüber Menschen. Sie sind gut mit Kindern und anderen Haustieren verträglich und haben ein wachsames Auge. Das Einzige, was sie brauchen, ist viel Bewegung. Denn wenn sie nicht genug Bewegung bekommen, können sie zerstörerisch werden und sich langweilen. Nummer 11 Der Bull Terrier, auch bekannt als der Gladiator unter den Hunden, ist ein echtes Kraftpaket. Er ist kräftig gebaut und hat einen markanten eiförmigen Kopf mit einer römischen Nase. Leider kann die Schädelform des Hundes manchmal zu gesundheitlichen Problemen führen. Die Nase des Bull Terriers kann manchmal unterentwickelt sein, was zu Atemproblemen und anderen gesundheitlichen Problemen wie Infektionen und chronischer Nasenverstopfung führen kann. Eine weitere interessante Tatsache ist, dass der Bull Terrier in der Populärkultur häufig dargestellt wird, insbesondere in Cartoons und Comics. Unterschätzt diesen Hund jedoch nicht, denn sein Jagdtrieb kann manchmal gefährlich sein. Deshalb ist es wichtig, dass der Hund ausreichend trainiert und sozialisiert wird. Aber es gibt auch etwas Lustiges über den Bull Terrier zu sagen. Trotz seines robusten Aussehens hat er in Wirklichkeit ein sehr sanftes Wesen und ist als Freund für jedermann bekannt. Er liebt es zu rennen und zu spielen und hat eine Menge Energie, sodass ein guter Spaziergang oder eine Spielstunde auf jeden Fall zu empfehlen ist. Ob er zu den gefährlichsten Hunden der Welt gehört, hängt davon ab, wie man ihn betrachtet. Man sollte ihn auf keinen Fall unterschätzen, aber mit der richtigen Erziehung kann er ein ebenso liebevolles Haustier sein wie jeder andere Hund. Wenn ihr also auf der Suche nach einem robusten, aber auch anhänglichen Hund seid, solltet ihr den Bull Terrier auf jeden Fall in Betracht ziehen. Nummer 10 Der Leonberger, auch als Löwenhund bekannt, ist ein prächtiger Anblick. Mit einer Schulterhöhe von 80 Zentimetern und einem Gewicht von bis zu 75 Kilogramm ist diese Kreatur ein wahres Kraftpaket. Aber keine Angst, denn dieser Hund ist nicht nur groß, sondern auch sehr gutmütig und freundlich. Unterschätzen sie jedoch nicht, wie gefährlich dieser Hund sein kann, hat man oft gesagt. Wenn er nicht richtig erzogen wird, kann er unberechenbar werden und großen Schaden anrichten. Deshalb ist es wichtig, ihm alle Kommandos ruhig und geduldig beizubringen und beim Training konsequent zu sein. Wenn ihr dies tut, kann er ein idealer Familienhund werden, der gerne mit Kindern spielt. Seine angeborene Wachsamkeit macht ihn zu einem großartigen Wachhund, der euch in jeder Situation beschützen wird. Die folgende Tatsache wird euch jedoch überraschen. Trotz seiner Größe lässt sich der Leonberger leicht überall mit hinnehmen. Sie sind sehr intelligent und verfügen über ein ausgeprägtes Selbstvertrauen, was sie auch für unerfahrene Hundehalter geeignet macht. Nummer 9 Der kaukasische Schäferhund ist ein Hund, der nicht unterschätzt werden sollte. Er ist ein ernstzunehmender Wachhund, der seine Familie und sein Zuhause bis zum Tod beschützen wird. Aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung als Herdenschutzhund in der Kaukasusregion ist er sehr mutig und selbstbewusst. Der kaukasische Schäferhund hat jedoch eine lange und interessante Geschichte. Sie wurden eingesetzt, um Schafherden vor Wölfen, Beeren und anderen Raubtieren zu schützen. Da sie dies ohne die Hilfe des Hirten tun mussten, waren sie sehr unabhängig. Dies hat zu einer starken Persönlichkeit und einem großen Bedürfnis nach Bewachung geführt. Aber wenn ihr glaubt, dass dieses Tier nur gefährlich ist, dann irrt ihr euch. Der kaukasische Schäferhund ist klug, mutig, loyal, liebevoll und wird sein Leben opfern, um seine Familie zu beschützen. Wenn ihr also einen Hund sucht, der euer Heim und eure Familie beschützen kann, dann ist der kaukasische Schäferhund eine gute Wahl. Aber stellt euch auf einen anspruchsvollen und engagierten Begleiter ein, der sich nicht scheut, seine Zähne zu zeigen, wenn es nötig wird. Nummer 8 Der Alaskan Malamut, auch als Wolfshund bekannt, ist ein gefährlicher Hund, der nicht in die Hände eines unerfahrenen Besitzers gelangen sollte. Er ist ein kräftiger Schlittenhund, der gezüchtet wurde, um unter extremen Wetterbedingungen zu überleben und schwere Lasten zu ziehen. Sein sturer Charakter und sein Jagdinstinkt können zu aggressivem Verhalten gegenüber anderen Tieren führen. Daher ist es wichtig, dass der Hund gut sozialisiert wird und viel Bewegung bekommt, um seine Energie zu verbrennen. Es ist auch wichtig zu wissen, dass diese Hunde nur schwer allein zu Hause bleiben können und viel Aufmerksamkeit und Training benötigen. Obwohl der Alaskan Malamut gefährlich sein kann, ist er auch ein fantastischer Hund, mit dem man gerne zusammen ist. Er ist freundlich, anhänglich und liebevoll zu Kindern. Dieser Hund ist außerdem intelligent und neugierig und liebt es, seine Entdeckungen mit seinen menschlichen Familienmitgliedern zu teilen. Nummer 7 Der Wolf-Hund-Mischling, auch Wolfshund genannt, ist ein einzigartiges Tier, das aus der Kreuzung zwischen einem Wolf und einem domestizierten Hund hervorgegangen ist. Obwohl ihr Aussehen und ihr Verhalten sehr unterschiedlich sind und sich nur schwer vorhersägen lassen, weisen sie genetische Merkmale sowohl von Wölfen als auch von Hunden auf. Ihr Verhalten gegenüber Menschen ist oft aggressiver und als Haustier weniger geeignet als bei normalen Hunden. Daher gehören sie zu der Gruppe von Hunden, die für die meisten Angriffe auf Menschen in den Vereinigten Staaten verantwortlich sind. Ihr Verhalten ist unberechenbar und kann gefährlich sein. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass diese Tiere nicht als Haustiere geeignet sind und dass es viele Einschränkungen für ihre Zucht gibt. Dennoch ist der Wolfshund ein faszinierendes Tier, das man sehen und kennenlernen kann. Sie sind oft stärker als normale Hunde und weniger anfällig für Erbkrankheiten. Nummer 6 Der Dogo Argentino ist ein großer Mastiff-ähnlicher Hund, der in den 1920er Jahren speziell für Hundekämpfe und die Jagd auf Großwild wie Pumas und Wildschweine gezüchtet wurde. Dieser Hund ist für sein weißes Fell bekannt, das immer kurz ist. Ein einzelner schwarzer oder dunkler Fleck auf dem Kopf ist erlaubt, solange er nicht größer als ein Zehntel des Kopfes ist. Die Rasse hat ihren Ursprung in Cordoba, Argentinien und entstand durch die Kreuzung eines Bulldoggen-artigen Kampfhundes, eines Bullterriers und eines Mastin del Pirineo. In den folgenden Jahren fügte der Züchter mehrere andere Rassen hinzu, darunter den irischen Wolfshund. Aufgrund seiner ursprünglichen Bestimmung ist der Dogo Argentino sehr kräftig und hat eine große Ausdauer. Er kann allein oder in Gruppen jagen und wird auch für Such- und Rettungseinsätze, Diensthunde und militärische Aufgaben ausgebildet. Allerdings ist die Rasse aufgrund ihrer Dominanz und ihres potenziell gefährlichen Charakters nicht für unerfahrene Hundehalter geeignet. Mit der richtigen Erziehung und Ausbildung kann der Dogo Argentino jedoch ein liebevoller und treuer Begleiter für erfahrene Hundebesitzer sein. Nummer 5 Der Chow Chow, auch als Löwenhund bekannt, ist ein robuster Hund mit einem faszinierenden Aussehen. Mit seinem dichten Fell und seiner blauen Zunge ist er ein echter Blickfang, aber Vorsicht! Der Chow Chow hat auch eine dunkle Seite. Diese Rasse ist dafür bekannt, ein dominanter und unabhängiger Hund zu sein, der ohne das richtige Training aggressiv und gefährlich werden kann. Aber keine Sorge, es gibt auch eine gute Nachricht. Mit dem richtigen Training ist er ruhig und selbstbewusst und kann gut mit Kindern und anderen Haustieren auskommen. Außerdem liebt er aktive Spaziergänge und begleitet euch gerne bei Abenteuern im Freien. Wenn ihr also einen robusten, pelzigen Freund sucht, der so anhänglich ist, wie er aussieht, könnte der Chow Chow die perfekte Rasse für euch sein. Vergesst nur nicht, seine Zähne zu putzen, damit die schöne blaue Zunge sauber bleibt. Nummer 4 Der Akita ist eine große Hunderasse, die ursprünglich aus den Bergen im Norden Japans stammt. Er ist eine kräftige und unabhängige Rasse, die traditionell als Wachhund, Kampfhund und sogar als Bärenjäger eingesetzt wurde. Allerdings ist der Akita aufgrund seiner Dominanz und Unabhängigkeit kein Hund für Anfänger. Er benötigt viel Training und Sozialisierung, um sich Fremden und anderen Haustieren gegenüber gut zu verhalten, was ihn bei unzureichender Ausbildung potenziell gefährlich macht. Eine lustige Tatsache über den Akita ist, dass er der Nationalhund Japans ist und es gibt sogar eine Statue zu Ehren des legendären Akita namens Hachiko. Hachiko war ein treuer Akita, der jahrelang am Bahnhof Shibuaya in Tokio auf seinen verstorbenen Besitzer wartete und schließlich in Japan zu einem Symbol für Treue und Hingabe wurde. Es ist wichtig daran zu denken, dass jeder Hund ein Individuum ist und dass sein Temperament variieren kann, sogar innerhalb einer Rasse. Wenn ihr also einen Akita adoptieren möchtet, solltet ihr euch darüber im Klaren sein, was nötig ist, um ihn sicher und gesund zu halten. Nummer 3 Der tibetanische Mastiff, auch bekannt als Doki, ist ein sehr kräftiger und imposanter Hund, der ursprünglich aus Tibet stammt. Trotz seines beeindruckenden Aussehens und seines Beschützerinstinkts kann der tibetische Mastiff ein potenziell gefährliches Tier sein. Er kann aggressiv auf Fremde und andere Tiere reagieren und seine Sturheit und Dominanz machen es wichtig, ihn von klein auf zu sozialisieren und zu trainieren. Aber dieser Hund hat auch etwas sehr Lustiges an sich. Wusstet ihr, dass der tibetische Mastiff der teuerste Hund der Welt ist? Ein reicher Chinese kaufte Big Splash einen tibetischen Mastiff für satte 1,6 Millionen Dollar. Obwohl der tibetische Mastiff ein kräftiger Hund ist, ist es wichtig, sich über die Bedürfnisse dieser Rasse zu informieren, bevor man sich einen solchen Hund zulegt. Wenn ihr also erwägt, euch einen tibetischen Mastiff als Haustier anzuschaffen, solltet ihr wissen, wie man ihn richtig erzieht und aufzieht, damit er sicher und gesund bleibt. Und wer weiß, vielleicht werdet ihr ja der stolze Besitzer des nächsten, teuersten Hundes der Welt. Wie viel hat euer Hund gekostet, als ihr ihn gekauft habt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 2 Der Tosa Ino, ein japanischer Molosser, ist ein beeindruckender Hund mit einem kräftigen und athletischen Körperbau. Obwohl dieser Hund im Allgemeinen freundlich und tolerant gegenüber Menschen ist, kann er anderen Hunden gegenüber sehr dominant und intolerant sein. Deshalb ist der Tosa Ino für unerfahrene Hundehalter nicht zu empfehlen. Er erfordert viel Erfahrung und eine ausgewogene, konsequente, aber liebevolle Erziehung. Der Tosa Ino ist berüchtigt für seine Geschichte als japanischer Kampfhund, der ausschließlich für Hundekämpfe gezüchtet wurde. In einigen Ländern gilt der Tosa Ino als gefährlich und ist sogar verboten. Die Haltung dieses Hundes unterliegt strengen Beschränkungen und Auflagen. Obwohl einige den Tosa Ino für einen der stärksten Kampfhunde halten, ist es wichtig zu betonen, dass dieser Hund als Familientier gehalten werden kann und eine gute Bindung zu seinen Besitzern hat. Wenn ihr erwägt, einen Tosa Ino zu adoptieren, solltet ihr euch auch darüber im Klaren sein, dass dieser Hund viel Bewegung braucht und sehr sensibel auf den Tonfall reagiert. Eine natürliche Autorität ist bei der Erziehung wichtig, aber es ist nicht ratsam, diesen Hund mit harter Hand zu erziehen. Der Tosa Ino ist wissbegierig und begeistert von dem, was er tut. Daher ist es keine schlechte Idee, mit eurem Hund einen Kuss zu besuchen. Obwohl die Geschichte des Tosa Ino als Kampfhund nicht gerade lustig ist, hat dieser Hund doch einige schöne Eigenschaften. Er ist sehr selbstbewusst und geduldig, intelligent und ruhig und ein ausgezeichneter Wachhund. Nummer 1 Der American Pitbull Terrier, besser bekannt als Pitbull, ist eine Hunderasse, die oft mit Aggression und gefährlichem Verhalten in Verbindung gebracht wird. Diese Hunde gehören zu den beliebtesten Hunden der Welt und zeichnen sich durch ein kraftvolles Aussehen und ein starkes Gebiss aus. Dies sind einige der Gründe, warum der Pitbull als der gefährlichste Hund der Welt gilt. In vielen Ländern ist dieser Hund sogar verboten und darf nicht als Haustier gehalten werden. Aber wusstet ihr, dass Pitbulls auch sehr liebevoll und anhänglich sein können? Diese Hunde haben oft eine starke Bindung zu ihren Besitzern und sind sehr, sehr loyal. Sie sind auch sehr aktiv und lieben es zu spielen und zu rennen. Mit der richtigen Erziehung und Ausbildung können Pitbulls großartige Familienhunde sein. Wenn ihr also erwägt, einen Pitbull als Haustier zu adoptieren, solltet ihr euch gut über die Rasse informieren und bereit sein, Zeit und Energie in euer neues Haustier zu investieren. Mit der richtigen Pflege und Aufmerksamkeit kann euer Pitbull ein liebevoller und treuer Begleiter werden, den ihr nicht mehr missen möchtet. Habt ihr selbst einen Hund und seid ihr jemals einem gefährlichen Hund begegnet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.